Hallo liebe Freunde von Grenzlosleben. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute zum Thema Es lebe die Freiheit. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim zeigt wie. Es lebe die Freiheit. Wer hat diesen Satz gesprochen? Hans Scholl. Der Ältere, der Geschwister Scholl. Er sagte dies als seinen letzten Satz am 22. Februar 1943 vor seiner Hinrichtung. Und dieser Satz wird am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim beispielhaft gelebt. Wir haben Menschen, die wunderbare Handreichung, Hygiene und Infektionsschutz am Geschwister-Scholl-Gymnasium Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten im Schuljahr 2021, 2022, aktualisierte Fassung vom 7. Januar 2022 zugesendet. Und ich bin begeistert. Ich bin wie immer begeistert, wenn ich erlebe, wie Freiheit in dem besten Deutschland aller Zeiten gelebt wird. Auf neun Seiten hochqualifizierter Handreichung wird den Schülern in Pulheim am Geschwister-Scholl-Gymnasium rund 1.600 jungen Menschen nach meiner Kenntnis beigebracht, wie Freiheit geht. Mit einem Inhaltsverzeichnis, was allein schon bahnbrechend ist. Schutzmaßnahmen, Rückverfolgbarkeit bis zu Hinweise und Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung. Da ist nichts ausgelassen. Freies Leben braucht klare Regeln. Gott sei Dank ist das so. In Pulheim am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Immer Hans und Sophie Scholl ehrend und gedenkend. Und es geht um die Punkte, die alle wichtig sind in diesen Zeiten. Rückverfolgbarkeit. Da werden die Schüler genau hingesetzt. Da darf keiner seinen Platz wechseln. Da wird wie in einem ordentlichen Lager aufgepasst, dass ja auch dokumentiert ist, wer wann wo gesessen hat. So geht Freie Schule. So stelle ich mir das vor. Und generell ist das Schöne auch, dass dieses Dokument völlig auf der Höhe der Zeit ist. Es hat die von mir so geliebte gegenderte Sprache in allen Bestandteilen dieses Dokuments. Da wird von Lehrerinnen und vielen anderen gegenderten Personen gesprochen. Aber ich muss auch eine Kritik üben. Da wird doch glatt an einer Stelle von Beschäftigten gesprochen. Beschäftigten muss man doch auch gendern. Ich verstehe das nicht. Also man muss bitteschön auch konsequent sein. Und Gott sei Dank ist auch die Testpflicht umfassend geregelt. Und der Satz bereits vollständig geimpfte und oder genesene Personen sind nicht verpflichtet, an den Selbsttest teilzunehmen. Der ist natürlich Gott sei Dank gestrichen. Weil Testen gehört zur Freiheit dazu im Jahr 2022. Das kapiert ja jeder Blinde. Sonst würde es ja nicht Freitesten hören heißen. Freiheit und Testen ist eins. Weil ohne Testen keine Freiheit. Ist doch ganz einfach. Denk an Hans Scholl. Es lebe die Freiheit. Und insofern ein großartiger Entwurf und ein großer Wurf für die Freiheit. Dieses Dokument. Aktuell kann eine Impfung Genesung nicht von der schulischen Testpflicht befreien. Steht hier weiter unten natürlich. Gott sei Dank auch aufgeführt. Und dann wird natürlich detailliert geregelt, wie, wo und wann getestet wird. Das ist Freiheit. Man hat die Freiheit zum Testen zu gehen. Das ist doch schön. Und deswegen Hans Scholl und Sophie Scholl gucken voller Stolz auf die Geschwister-Scholl-Schule in Pulheim, auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim herunter und freuen sich sicherlich zutiefst, dass diese Schule nach Ihnen benannt wurde. Natürlich ist auch das Tragen einer medizinischen Maske geregelt, die Lufthygiene, das sinnvolle Lüften für die Freiheit im Winter, das Stoßlüften, damit man schön auch immer an der frischen Luft sitzt. Das hat alles seinen Sinn für die Freiheit. Und insofern freue ich mich, einfach zu sehen, wie die Tradition der Menschen, die für Freiheit aufgestanden sind, wie Hans und Sophie Scholl, von diesen Menschen an dieser Schule fortgetragen und weitergelebt wird. Ich finde es begeisternd. Zugang zum Schulhof, Schulgebäude ist natürlich auch geregelt. Und natürlich ist auch vernünftigerweise ein Einbahnverkehr in der Schule geregelt. Das heißt, man darf sich nicht mehr begegnen. Das ist gut so. In so schlimmen Zeiten, wo es um Virusfreiheit geht, muss man natürlich auch kleine Kompromisse machen. Das ist doch wohl wirklich nicht schwer zu verstehen. Und natürlich sind auch die Pausenzeiten in Punkt 1,6 vernünftig geregelt, denn auch Freiheit für die Pause ist wichtig. Und dort wird dann West gehalten. Bei Regen, ich finde das wirklich eine Nächstenliebe, die überbordend ist, bei Regen darf zusätzlich die Pausenhalle, Nordwesthalle als Aufenthaltsort genutzt werden. Ein Aufenthalt in Pausenzeiten, in Klassen- und Kursräumen sowie in Flurbereichen ist nicht gestattet. Ja, also, das würde ja auch zu weit führen. Das ist ja schon sehr viel Freiheit, dass die Halle mit genutzt werden darf. Beim Aufenthalt in der Pausenhalle, Nordwesthalle, müssen folgende Dinge unbedingt beachtet werden. Essen und Trinken ist nicht gestattet, da der Mindesteinabstand nicht eingehalten werden kann. Ja, logisch. Das Tragen einer Maske ist unbedingt erforderlich und verpflichtend einzuhalten. Ja, man kann sich doch ansonsten frei in der Halle bewegen. Und Essen wird völlig überbewertet. Das Ganze gibt wird in dem, wie ich finde, allerbesten Teil dieses wunderbaren Schriftstückes. Persönliches Verhalten insgesamt. Und da wird Gott sei Dank die Freiheit auch vernünftig geregelt. Beachtung der Husten- und Niesetikette. Das wird schon vernünftig geregelt, damit die Freiheit geschützt ist. Beachtung der Händehygiene. Einhaltung einer strengen Händehygiene. Bei Eintritt und vorverlassenen Schulgebäudes sind unbedingt die Hände sorgfältig zu desinfizieren. Eine regelmäßige und gründliche Reinigung der Hände mit Wasser und Seife, mindestens 30 Minuten, muss erfolgen. Ausreichende Händewaschmöglichkeiten stehen zur Verfügung in Sanitäranlagen, Klassenkursräumen. Zugang zur Händedesinfektion, Eingangsbereiche vor den Fluren. Unbedingte Vermeidung einer Bildung des Gesichts, Augen, Nase, Mund durch die Hände. Ja, wer tut das schon? Wer fasst sich ins Gesicht? Das sind ja wirklich nur autoritäre Vollidioten, die sich ins Gesicht fassen. Das geht ja gar nicht in diesen lebensgefährlichen Zeiten. Für die Freiheit wird sich nicht ins Gesicht gefasst. Punkt. Auf direkten persönlichen Kontakt, zum Beispiel Hände schütteln, abschlagen, ist unbedingt zu verzichten. Ja, für die Freiheit ist doch klar. Auch außerhalb des Schulgeländes sind die Vorgaben und Regelungen der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung unbedingt einzuhalten, also auch der Mindestabstand, zum Beispiel an der Bushaltestelle verbindlich einzuhalten. Die Verantwortung dafür liegt bei den Schülerinnen. Gut so. So geht Freiheit. Sicherlich ist das auch komplett durchdacht und durchstrukturiert, weil bei 1600 Schülern verbindliche Händeygiene bedeutet pro Schüler wenigstens eine Minute. Das sind 1600 Minuten. Wenn du nicht so gut rechnen kannst, 1600 Minuten sind 16 Stunden und sind... Jetzt habe ich mich selber ausgetrickst. 1600 Minuten sind 26 Stunden und 40 Minuten. Also zwei, zwei Drittel Stunden, wenn man zehn Waschbecken hat oder etwas mehr als eine Stunde, wenn man 20 Waschbecken hat. Stell dir mal vor, das Ganze mehrmals am Tag. Stell dir vor, das Ganze desinfizieren. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich das perfekte Symbol der Freiheit, wenn alle frei an den Waschbecken, frei an den Desinfektionsspendern nonstop stehen. Denn ich erlebe es hier in Amerika tagtäglich, wenn an den Desinfektionsspendern in Supermärkten und Geschäften tatsächlich mal jemand das benutzt, dass die schlimmen Menschen hier benutzen das so gut wie gar nicht mehr. Aber wenn das mal einer tut und eine Familie zum Beispiel, dann entsteht dahinter ein Stau. In Pullheim ist das sicherlich anders geregelt. Insofern, stell dir mal vor, jeder wäscht sich dreimal die Hände. Dann sind das bei zehn Waschbecken täglich über sieben Stunden Händewaschzeit für diese Schülerzahl. Durchdacht für die Freiheit. Hier geht es weiter mit Symptomen, Infektion, Rückkehr aus der Rarantäne, Bescheinigungen. Dann natürlich auch, was passiert bei Nicht-Einhaltung der Regelungen und Vorgaben, die Strafandrohung. Man fliegt im schlimmsten Fall von der Schule. Oh Gott! Und all diejenigen, die das nicht als Freiheit verstehen und die sich negativ über Schulen äußern, die kann ich nur mit Unverständnis betrachten. Mir hat ein an dieser Schule involvierter Mensch geschrieben. Einer aus dieser Aluhut-Rechtsradikalen-und-Nazi-Szene vermutlich. Lieber Klaus, hier die neue Hygieneverordnung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Der perverse Erguss kranker Bürokraten. Also was soll das denn? Neun Seiten geballter Terror gegen den gesunden Menschenverstand. Dieser Mensch hat Freiheit überhaupt nicht verstanden. Dass dieser Sermon gelesen, beachtet und eingehalten wird, macht mich krank. Ja also, man muss sich doch in Deutschland an Regeln halten. Im Übrigen ist da die Straßenverkehrsverordnung easy gegen. Ja und? Das sind doch alles Menschen, die Abitur machen wollen. Die können doch wohl sowas lesen. Hab's nur überflogen und mir flimmern die Augen. Ja bitter, wenn man solche Qualitätsergüsse, um mit dem Schreiber zu sprechen, nicht versteht. Und dann versteht man halt auch nichts von Freiheit. Traurig, dass die Schüler weniger aufbegehren als ein Komapatient. Ja was soll das denn? Aufbegehren? Aufbegehren gegen diese Freiheit? Sag mal, geht's noch? Sonst könnten die mit Punkt 17 die Schule lahmlegen. Ja wer will denn sowas? 1600 Schüler, 30 Sekunden die Hände waschen, an geschätzt 10 Waschbecken? Fragezeichen. Ja hab ich ja eben schon ausgeführt. Da muss man sich halt Mühe geben. Macht sicher circa zwei Stunden für einmal alle Hände waschen. Und da steht regelmäßig, was mehrmals impliziert. Geiler Schultag. Ja, so ist das mit den Rechten, die keine Freiheit verstehen. Schlimm, ne? Guckt mal nach oben. Und fragt mal Hans und Sophie Scholl. Was die zu diesem wunderbaren Erguss zur Freiheit sagen, denken und zu euch heruntergeben. Ich weiß, was bei mir ankommt. Euer Klaus von grenzenlos leben.